Ich möchte mich als erstes mal bedanken, dass wir dieses schöne Erlebnis wahrnehmen durften. Wir haben bei einem ehrlichen Wetter eine schöne Tour durch diese Region gemacht. Wir kennen also diese Schaltung, die Rohlaufsschaltung. Und wir wissen, dass es eine qualitativ hochwertige Lage ist, aber die an einem eigenen Fahrrad auch verbaut haben. Wir bedanken uns nochmal für dieses tolle Erlebnis.